Leu, was ist das denn? Riesen. Blub. 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 Die Blub. Ich gehe einfach mal von einer Seite ran, wo es einfach ist, hochzukommen. Hi. Wir brauchen Nüß. Noll! Das war noch XP. Ich habe hier eine Sache. Gut. Das war noch XP. Ich habe hier auch eine Sache. Gut. Ich gehe weiter runter. Noll. Ich habe hier einen Nostern mitgenommen, oder? Noll, ich bin durch. Wie durch. Weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Lieberst du nicht. Ich bin voll weit. Einfach da durch. Noll, oh. Wow, Seeschlange. Gott, ich kann mich durch. Oh, Gott, ich ertränke. Oh, man hat Seeschlange. Na super. Wow, Krake. Ih, Krake. Nein, hier ist die Krake. Nein, hier will ich nicht. Hier will ich nicht, hier die Krake. Kommst du? Bin nicht. Wo muss ich hinlegen? Komplett unter Wasser durch. Und dann solche Luftdinger, da komme ich nicht lang. Ja, muss ich da ganz unten schwimmen. Und dann hoch. Komm ich trotzdem nicht. Einfach da ganz unten und dann einfach dich treiben lassen. Ne, da sind solche Luftströme, aber wenn ich da vorbeilaufe, werde ich noch umgetrieben. Ja, muss ja auch. Hey. Vielleicht will ich wieder ganz anders. Scheiße. War Luftwolding. Wasserkrake. Die macht mir bisschen Auer. Nein, da muss nur hoch. Später macht die, glaube ich, Auer. Hey. Huch. Bauer. Wo wüsste dann? Ich traufe gerade nach XP. Geweck, blödes Ding. Und du bist tot. What are you doing? Na, schon nicht. Und das darum, dass ich gar nicht so. Ich habe eine Idee, anzenden. Das kann ich nicht, das ist ein TNT. Ich muss einfach deinen Teil reinwerfen. Ach, genau, das ist doch alles in Wasser geflutet. Ja, ein bisschen. Oh, 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 oh. Ah, noch ein bisschen mehr Fluten, bitte. What the fuck? Das kenne ich gar nicht. Das ist mir neu. Tot. Ich habe irgendwo was gehört. Hallo? Lol. Lol. Na, das ist schon immer. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich freue mich gerade mit dem Hintergrund der Böden. Oh, oh. Auch voll zu schütteln. Oh, da kommt noch ein paar Leute. Oh, 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 oh. Ich freue mich gerade mit dem Hintergrund der Böden. Das ist schon. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. er hat kaputt gemacht kommen ja ich habe ja noch jemanden worden der spielen möchte und kann sie tot machen jetzt war was man hier geht mit dem Ding weiter glaube ich und er kann nur ich bin gesammelt komm her Otto was dann ist kaputt gemacht nur noch mal ein Schein da oben weg da oben gehen man scheint ganz immer treffen so dass ich eine umnehmen die ist müssen wir nicht ein machen daher soll es eigentlich Leuker es kaputt machen nun müssen erst zwei erweißen das 2 erweißen er nicht mehr um das Lande sind er ist noch da oben fest dafür muss das Ding Kupf 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 machen nur um müssen gehen und hoch und mal ich noch ein Angst vor Kira Antis was soll man klein machen Ruhi Unruhe er hat der Karte schreckt Schicht also wird Jom Bauchig cubes Schicht Jom Bauchig cubes Neuerfass ach jetzt wollte ich den hammer typen und sp ohne ende alter wie viel sp das es gegeben hatte pio das ist ein bisschen wenn ich hier wo wo sich der ja und wo wenn wir nicht gerade von Hälscher da ist es gut und ich bringe und sich macht die Kram Urkwabe Oktopus Mega Oktopus also ist ein Quartier und da gibt es auch bestimmt auch wieder was oder ja XP massenweise XP und Prozent sind gerade ein paar das hochgekommen und manchen das Wetter irgendwie nerven soll oder so wo er saß an ihnen nein nein das war schweizend Prozent Leidtler haben das was er so über wird dort gehört Kroo er krank wenn da war er auch um dafür brauchst du einen Teil um dort zu kommen Aurelia jetzt kommt euch an Wagen Geil das Gemälde ist geil ein großes ich muss doch fast in mein Wohnzimmer rein ähm ja du hast das Gemälde kaputt gemacht geh weg geh weg Pio Pio Lollos du machst alles kaputt hier ich werde anrufen da haben wir hier anrufen der Sunko warum habe ich jetzt anrufen Mann und warum bist du fast tot warum bist du tot aber boah wer nervt denn jetzt Brian was will Brian denn jetzt ich bin am aufnehmen nein da geh ich jetzt nicht ran weil sie sind am aufnehmen und da kann man nicht aufnehmen äh Pause machen Loll kann man alles ist kein Team von Rom mit richtig geil snacken nichts mehr nur jetzt kommt der andere lustige Typ doch hier ist noch einer 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 warum auch Loll erwischt Lass ihn mal runterfahren vielleicht wäre er kaputt nein du hast es kaputt gemacht ja warte ich gehe mal kurz hier äh und wieder hoch snacken ich werde jetzt mal aufpassen wir kommen jetzt ganz viele Explosionsfechte wow und ich spring da direkt drauf ahmarsch ja ich kann da ich werde auf zu springen Loll zu früh Loll zu spät ist das aus wie Streck durch GM oder so Loll siehst du das auch dass hier ein EXP-Teil liegt direkt vor uns schau mal an ich kann nicht drauf springen versuch mal drauf zu springen ja äh darf das Teil sich erst mal wieder drehen aber nice ich mach das jetzt Loll am Arsch dreht sich dabei nicht Hammer jetzt aber ich glaube das ist noch voll fail wir müssen nach unten kannst du nicht das Teil hier drehen nein wow doch das hier ja explodieren die Viecher nämlich nicht mehr ja ich bin grad tot weil du da blöd rumstehst was what are you doing mein Leben zu sichern nein ich schaff das nein wir werden angerufen oder ich oh ich werd schwedern boah das gibt's doch gar nicht wer ruft mir an hier ein Netzaufnahme auch überall dabei war wenn er es zu gerne einladen da oben ist da oben ist jetzt Checkpoint ich merke sie muss erstmal hier rüber kommen guck mal da unten rechts da kann man Dinger kaputt machen das war voll moonwalk da unten rechts dafür brauchst du einen explodiert was darum muss das Teil da oben drehen oben links na wenn ich jetzt was zauberes ist weg oder da oben das musst du drehen dann musst du den explodierfass holen wenn du da drauf bringst und da runterschmeißen da kannst du drehen mit deinem Zauberer kannst du den das Feuerteil drehen wow dann muss auch den Schalter da und dann kriegst du den TNT-Fass was er auffangen muss und da runterschmeißen muss ich würde mich aber ein bisschen beeilen und das nicht direkt an dich dran lassen du kannst auch das Teil oben drehen und dann das ist vorher nicht direkt die Teile anzünden sodass du Zeit hast die anzuzünden siehst du das klappt nämlich das ist unten jetzt offen oder nicht ne ich versuche es teilweise zu drehen das geht doch irgendwie nicht das ist nicht so einfach so lassen und dann darauf TNT holen das auffangen anzünden und dann da runter jetzt dürfte es klappen aber nice siehst du mit meinem Leben nice komm und machen muss doch immer kurz ach nein das ist dieses blöde gewesen also die Wasserrätsel fand ich alle ziemlich bescheiden warte mal schau ach genau komm hoch komm hoch ich hab ne Idee kommt mir nicht ich kann das von dir nicht aber das nicht wirklich so machen lol mach mal mach da oben mal ein Cube drauf du kannst das Teil doch da oben nicht kaputt machen du musst das Wasser darunter damit da das Teil ja Moment so und go weißt du es ist schon im Wasser warum braucht es nochmal Wasser weil Wasser weil wasser gut schmeckt lol ich hab halt so was man in die Letters einfach nur gerückt halten muss wer ist es jetzt nicht so toll wie warte mal ich muss so kurz nicht ich bin da kurz vorher ja das vielleicht hoch springen also ja ich hole gerade noch ein paar xp ach da war doch dieser geile trick den man hier anwenden konnte wo aber ich hier direkt und gegner wo direkte tollkönig alter was geht ab hier belebte ich mal wieder und heimlich mal warte da es war ja auch ein verkommen und du machst es mit dem typen macht um einen Kriegern und schafften doch besser wir gucken ob ich einstellen kann und ich kann checken das auch voll schicken eigentlich aber weil er da haben wir auch damit zu beendet weil er wird stark war und überlegt mir auch leicht gemacht und ich ziehe den Grad mit der Bogenschützendusse ab ich mache jetzt hier Louis war gestorben aber ich gehe weg für die Döde der sich sogar Ja, richtig episch Oh, am Arsch, geh weg Pew Pew Oh, der verfolgt mir nicht mehr Au, au, au Am Arsch, geh weg Komm schon, ich snack dich jetzt Sieht auch so ein bisschen aus wie Hadi, der Typ, ne? Ein bisschen Der Trollkönig Das wäre ich von den normalen, treuen Viecher hier gesnackt oder was am Arsch Okay, wir müssen hier wahrscheinlich wieder irgendein Schalter drücken Was ist das denn? Du musst hier, glaube ich, irgendwo hoch Ja, hier schon mal Moment Oh nein, ich glaube, wir machen lieber gar nichts Ich hab, oh, ich hab's gut gemacht Checkpoint Oh, hab's just mal Okay, weiter Leute, ich Komm nicht mal, der ist Katz hin Leute, guck mal, ich hab so ein, äh, geh mal an die Seite Komm, ich hab so ein Mundteil, äh, Mundschutzdings davor Leute, da ist eine Seite, meine Seite, ich will die Gibt mir die Seite Ah Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Tonherbin bist Ich glaube, jetzt entweder komm jetzt sofort der Entbau, ne, jetzt müssen wir, glaube ich, ein Schloss rein Und so Wir sollen durch den Waschraum Softal Die Waschmüden Alter, das sieht sogar so von Nah auf Nah auf Nah auf Wow, Alter, geil Äh, ja Wird gemacht Oh Pichu Du bist im Westen dran Pichu Hallo Hallo, was geht da? Wo? Oh, ah ja, Alter Hell Lol, du hast es kaputt gemacht Wie du einfach ins Land reingeflogen bist Ja, komm, folgen wir ihn Oh nein, ich bin Nach dem Kampf, ja Das könnt ihr euch gerade anhören, Leute Ich brauch eine neue Energydose Äh, da ist ein Loch, ich bin reingefallen Hier, da ist ein großes Loch, das sieht aus, ob da gleich irgendwas Großes rauskommen würde Oh mein Gott Meinst du das da? Lol Weg ist es Es ist weg Ich hab's ins Auge Ich halte das gerade nicht mehr aus aus meinem Typ da Lol, 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 lol Hier ist auch noch ein Teil Ich versuch das mal rüber zu schieben Lol, lol, lol